Nein, Jungs, tschüss. So, Enke kommt. Schön, könnte die Führung werden. Da kam er genau richtig. Zube gemacht vom Verteidiger. Einwurf. Hat mal ein bisschen gesucht. Schau. Jack Snyder. Zurück. Stürmer. Nein. Einwurf. Schau. Eins, zwei, drei. Schau. 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 Das ist der Ballverlust. Ein super Trick und der klappt auch noch. Drüi, blau. Ah, Mann, nein. Guter Mann, das sehe ich nicht. Mann, Mann, das ist nicht. Mann, Mann, Mann. Der Ballspieler raus. Abgeblockt. Ja, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erst mal weg. Ja, schwarzer Ball hier. Jetzt könnte er flanken. Oh. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Boah. Nein, ei, 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 ei. Jetzt können sie vielleicht kottern. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Gibt hier eine Ecke, könnte gefährlich werden. Die Fans hoffen auf die Führung jetzt bei dieser Ecke. Da kommt die Ecke. Er versucht. Oh, mit dem Fallrückzieher will er da den Treffer machen. Akrobatisch, aber sind wir ehrlich richtig gefährlich lassen. Ehto. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Nein. Aber nein. Ey. Geht ja mal. Geht ja mal. Geht ja mal. Eto Ein ne Tötter nehmann, ich zieh vor uns Dreh dann Eto Eto Stürmer Der spielt er den Ball Richtung auslinie Und er gibt ihn, er gibt den Kvm Tjena rausgelagott Er macht den Elfmeter! Jetzt ein Tick ruhiger und cooler bleiben. Ich auch. Ja ja. Ja. Usser. Der hat ihn. Bitteschön. Jetzt? Mittig? Schade. Einwurf. Einwurf. Das war unkonzentriert. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Äh. Der Freistoß klare Sache. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Im Zweifelsfall. Im Zweifelsfall. Im Zweifelsfall. Der Freistoß. 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 Blau. Florian Shepp конечно. Oh, schade. Sie warten ganz geduldig auf Ihre Chance. Vielleicht müssen Sie das Tempo aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torschau zu kommen. Okay, Goli. Ruhig. Ah, ich ziele auf den Goli. E-Matlant. Und damit sind Sie am Ball. Passt zurück zum Torhüter. Vielleicht der Ausgleich. Oh! Alles draußen, es gibt Abstoß. Uff. Oh nein. Eto, guter Pass. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Schade. Erstmal noch. Erstmal. Stoffelkamm. Schade. Schade, 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 schade. Schade, 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 sch Noch sind hier zwanzig Minuten zu absolvieren. Ja, da müssen Sie aufpassen. Mit dem Schuss hat er nicht gerechnet. Nein, schau wieder, der Barf! Geht's ja gut. Da gibt der Freistoß. Sehr gut, der Unparteiische spricht zunächst mit ihm, so muss es sein. Er geht auf die Spieler ein, sagt aber trotzdem ganz klar was Sache ist. Und das ist wirklich fair, so weiß jeder Spieler ganz genau Bescheid und ist sich der Konsequenzen bewusst. Superaktion, gut geklärt. Er kann ihn reinbringen. Klasseaktion, Ball ist weg. Ja, das gibt Anrufe. Schau wieder. Schau, das muss es sein. Da ist ein Schuss. Das muss man sehen. Ja, das muss man sehen. Ja, das ist sehr. Und Freistoß So, er wird den Ball reinbringen Und was kann daraus entstehen? Scheiße Da hatte er den Ausgleich auf dem Fuß Aber nein Zehn Minuten noch auf der Uhr Schade L2 L2 Flanke jetzt Schosse lebt auf Boah, Mann, ey Das ist droh Jetzt können Sie gleich den Ball einwerfen Stoppelkampf Ah Trilon, ich sehe dich Schön Schön Guter Pass Er hat Zeit, jetzt eine gute Klicke Fall Paule Ja, schön Schön geklärt Und Mein Gott, hier bin Klasse gemacht, starke Block Entschlossen geklärt Auf Außen ist Platz Ist das hier die Entscheidung Sehr gut gemacht Falukzio Ja, ja, ohne große Mühe Den Ball abgefangen Oh Gott Schlimm 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 Untertitelung des ZDF, 2020